Ah, das war jetzt nicht so gut. Ebenhin kein Vibe, also das kannst du noch hinkriegen. Ja toll, und ich hab die Festo natürlich runtergefahren, die schlauer Hund. Keine Ahnung. Moin, ich bin wieder da. Und? Nurel hat gewonnen. Äh, Katsch, Nurel hat gewonnen. Geil, man hat gewonnen. Weil ein Teil von Holokawa besetzt ist. Spielt der Timmy weiter? Äh, so wie es aussieht, ja. Ah, läuft ja super. Also ist auf jeden Fall Grabkoch drin. Und der hat doch noch tatsächlich einen Versorgung behalten. Und das ist so wunderschön. Ich kann nicht so wunderschön machen. Aua. Aua. Aua oder Aua? Aua. Aua. Aber macht ja nichts. Der Timmy kann sich offiziell begraben gehen. Hey, wir haben Geld. Und kann endlich meinen bescheuerten Erwin auch mehr erwachsen werden. Kann bitte jemand meine Herrscherin assassinisieren? Wieso bin ich jetzt kein Tributstart von Ming mehr? Bitte wollen wir deine Gertschuhe. Ja, Gipu. Können wir für dich mal Karten... Mann, ich kann... Wie könntest du das anfordern? Ich dachte, das könnten wir wenigstens anfordern. Hi. Hi. Ja, geil. Ja? Teddy, ich würde gerne das Bündnis auflösen, nur um Slots zu sparen. Wenn ihr es braucht oder ich, dann würde ich es wieder nehmen. Ist das Ordnung? Ja, das geht klar. Also wir haben keine Koalition. Ich habe gerade sieben Beziehungen, das ist noch viel. Wir haben keine Koalition. Wir haben noch einen Fieg. Nur ein paar, die beitreten können. Ja, geil. Ja, ja, ich weiß. Es geht nur, dass ich dich gleich in eine Koalition gegen den Strikern würde in Japan. Och so. Dann kapitulieren wir. Nee. Einfach immer auf den Button kapitulieren drücken, wäre es gut. Also die Japan ist ja wirklich schon teilweise so, ich wie das Heilige Römische Reich. Nur auf Drogen. Nö, nö. Nee, das ist wie das Heilige Römische Reich auf alle Basallen durchgedrückt. Ja. Da können sie sich aber nicht mehr bekämpfen, also. Ja, aber. Das ist wie du Free Mountains machst. Du bist Kaiser von Japan. Fiehre. Oh Gott. Das ist immer schon wieder in der Arsion. Nein, nicht mit Erben. Warum nicht? Du, die, die. Diplopoints ist das. Ja, bei Diplopoints ist das einzige, was wir nicht brauchen können. Aber der hat doch so viele Diplopoints. Der hat halt insgesamt nur 9 Punkte und 6 Diplopoints. In Erfing, ja. Im Fall. Obwohl er echt extrem guten Diplomatie war, Junge. Der hatte nicht mal den 10 Punkte insgesamt. Der hätte keine Koalition bilden können. Oh mein Gott. Wie gut ist der Diplomaten. Darf haltet ich mich. Könnte ich hier gar nichts mehr machen. Oh Gott, Alter. Noch fünfmal die Verlocken. Das dauert so ewig. Hast du überhaupt das... Du hast den Erlass nicht reingefragt. Ey, du hast angefangen. Mein Gott, sind wir hier im Kindergarten angekommen. Sind wir wirklich gerade, ne? Sind wir in der Sackgasse. Honk, ich komme dir mal helfen, ne? Aber was bist du? Wir haben offene Tore. Kann ich ja nicht. Komm dir mal helfen mit den... Ja, die haben wir noch offen. Daddy, das ist von der Rebell. Was bist du jetzt? Ja, wo? Dir helfen. Keine Ahnung. Oh Gott, Hilfe. Macht mal jemand was. Der Fino will mir helfen. Oh, die Provinz haben wir kein Ding. Hilfe. Also wie steht es da um die Rebellen bei dir? Ja, ich... Der Fino will mir helfen. Das macht mir Angst. Also ich schicke dir Truppen hin. Toll, noch mehr Leute, die mir helfen wollen. Wir schicken dir ganz viele Truppen. Wir wollen dir nämlich helfen. So wie Spanien, äh, so wie Frankreich, Spanien und dann nach Polen. Ich glaube, ich kann die Truppen dann ganz im Süden bei fangen. Nö, da geht der hin. Das ist eh reichlich egal, weil ich nirgends wo mehr hin exportieren kann jetzt. Ja, aber du möchtest sie doch nicht verlieren, die Provinz. Ja, wo ich das jetzt verliere oder nicht? Ich kann nirgends wo hin exportieren. Ja, ich brauche diese Scheißangarde, die saßen. Weil nirgends bin ich nicht immer so auf dem Weg. Der Trigger hat langsamer hoch. Äh, aber man muss die Reformen... Bitte akzeptiert das hier. Das geht mir nicht mehr gegen das denn jetzt. Okay. Die haben die Walachei in Serbien und die gesamten Schmarrn angenommen. So, ich kann noch das verstanden. Das kostet mich zwar Geld, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Oh, ich will auch was bleiben. Das hat die Osmanen gerade geschwächt. Ein bisschen. Ist der Dreck nicht. Ein bisschen, nur ein kleines bisschen. Och komm, schon nur noch ein ganz kleines bisschen. Also kann das nicht einfach mal alles um 10% hochgehen? Ah, krall, das ist doch nice. Oh, die Geschwindigkeit. Ah, ich brauche mich theoretisch nicht mehr lange, bis das man auf der Suche verwüßte mehr haben. Das wäre schon besser, wenn sie das nehmen können. Welchen Vorschritte haben die Rebellen bei Sie gerade? Ah, es ist noch nicht mal mehr bei 50. Äh, 42,8. Dauert noch 52 Monate. Ja, wann, äh, aber kannst du die Festung belagern? Also theoretisch wären wir auf 30. Also, ich könnte auch gleich angreifen, jetzt, wenn Hongi auch kommt. Schauen wir das. Also, du kannst ja durchlaufen, gut. Äh, dann warte kurz. Meine Truppen müssen noch kurz transportiert werden. Ja, komm. Nein, noch nicht angreifen, noch nicht angreifen, noch nicht angreifen. Mein... Wie lange mache ich heute noch? Meine Truppen sind gerade noch auf dem Weg, die kommen, äh... Keine Ahnung. Weil wir sind blühe, ich überzeihe und tanzig hoch. Ja, aber wenn alle länger können, müssen wir nicht auch... So lange sich keiner beschwert, ist ja gut. Ja, eben. Solange sich keiner beschwert, äh, machen wir weiter. Gut, äh, halt, stopp. Erstmal gucken, wie... Wann wären wir drin? Halt, stopp. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt angreifen. Okay, nein. Warum kriegen wir jetzt so viele Rebellen? Halt, stopp. Halt, stopp. So, na gut, ich bin einen Tag später da, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Sollen wir das eine bei einer noch weg? Gut, und dann sofort die Truppen wieder wegschicken, dass wir da keinen Verschleiß kriegen. Oh, ja. Oh, ja. Klar. Ach, krass. Ja. Nur für Großartig. Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich gehe wieder gegen die Spiele. Wir müssen dieses eine Development machen. Ja, das ist so. Komm auf euch ein Großartig. Ja. Jetzt sollten wir mal... Was? Mich aufragen. So, meine Truppen hauen jetzt wieder ab, Leute. so fünf stunden bleiben erst mal da okay ich hab kurz mal nichts der punkt macht die lehren so sollst du ein mann wir sind nicht in der großmache erste kammern wenn du zweimal dauert sie so lange okay weil dann bist du beides nur einmal doch noch okay aber du kannst es doch hier abhauen ich brauche keiner mehr ich komme nie wieder warum ist koreanisch eigentlich nicht in der chinesische koreanisch kann nicht sein dass ja das ist nicht schlimm das ist nicht schlimm fast schon partei gegen ihn okay zerschlag die mal die stören mich gerade das eine banner ich guck grad wo das ist in der hauptschöpfung eigentlich passiert mal was ich hab vier inf erst mal noch oder drei inf oder vier inf ja wir brauchen auch noch kaffee das geht aber nicht dass wir in etwa haben wir halt auch noch probleme durchgenommen das ist eigentlich das behinderte an der sache na gut äh dann höre mal los dass sie haben warte kann ich mal definierst du heute schon irgendwas erobert warte mal der ist ja eine provinz oh um die inflation dort so pivian ja äh ich man das ist so gemein dass ming's ding nicht unter 50 ist weil könnten wir jetzt das äh diesen einen scheiß machen wir beenden dann langsam wir warten bis die armee voll ist und versucht die 10er zu entdecken naja wir kennen so viele wie es geht frag mal mich da oben könnt ihr mich mal zerschlagen das wär schön wir haben 7,76 tausend frag du ihn mal du bist der offizielle spieler wir haben keinen moralberater du wollt auch aufhören dann? ma äh ne kann ich nicht mehr rein ja kannst du dann nicht allein noch ein bisschen weiterspielen so eine halbe stunde oder so das Problem ist da müsst ihr die horten weil er eine KI kriegt nein er kann einstellen dass die KI nicht übernimmt das stimmt das stimmt das einfach die nation nicht von einer KI übernommen wird und dann kommt der KI nicht rein aber das spieler ist immer noch drin das könnte da schon volles schief gehen das heißt ich geh jetzt einfach raus und da muss die bio das nur richtig machen und das gibt ja das richtig nicht also soll ich einstellen dass sie doch eine KI oder doch nichts gespeichert wird ja der ist doch schlechter aber jetzt nicht in der Erde nein auf keinen Fall nicht blöd also was soll ich dann einstellen wenn du raus gehst einfach den Haken weil KI übernimmt die Nation raus also dass ich einfach nichts mache genau gut ich geh jetzt mal raus ok wenn das für dich in Ordnung kann mach ich das doch ja ja ok mach mir schon mal in die Richtung äh die karte das ist gerade mal irgendwas ähm m 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 t wo denn das jetzt das ist dann es geht weiter wenn unser denn jetzt noch plus und video auf step engage oder grasland auf schengen jagen ist egal die weise ich vor allem gerade auf jetzt genau hier im laufen weg wenn das jetzt gut läuft die kriegen wir hoffentlich vor jetzt kommen die fix jetzt kommen wir haben vor allem 0 gehabt nach norden da ja was ist das jahr also dass wir sie wegbekommen bevor später ist 45 ich fahrt bis zum ende ist man das wird riskant aber die haben das problem sind die 21.000 die dort noch ankommt ist immer so ein bisschen bescheuert die 17 laufen weg super das problem ist dass diese 17 und 21 da jetzt zusammen sind minghard gerade mal nur noch 46 k das ist alles was haben hier umfasst ich weiß was was verlassen wir jetzt kannst du den 3 bis durch wieder dann tickt angarde front hier so hart schnell und dann ist sie kurz 40k kann wenn ich um geld schnell bei den nein irgendwas ging die massiv Was machen wir jetzt? Boah, das ist schwierig. Ja, gerade unten. Genau, im selben Moment dasselbe gedacht. Kian, bist du gerade noch am Leben? Am Leben? Ja. Du bist so Leih-Silver. Das ist ja immer bei dir das Problem. Viel zu sagen gibt es bei mir nicht. Soll ich dir eine Beleidigung schicken, damit du aus wie ein bisschen kreativ ist bei dir im Norden? Qua! Du musst nach Lingangung. Kurzes Update, ich bin jetzt im Krieg mit DJ gegangen. Wir sind im Krieg mit Ming. Und die haben über 80. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Wir brauchen angerechnet nur mit Frontier. Und zwar schnell. Sehr schnell. Was braucht ihr? Ein Garten. Hoffentlich. Hoffentlich. Und vor allen Dingen nicht Nuller. Boah, Alter, die würfeln nur Neuner. Was ist das? Nee, ich mach wieder Plus. Wir hatten Scheiße. Alter, wir haben so Scheiße gewürfelt, dass wir sie nicht gewiped haben. Und das war Gras dann. Das war grad mies. Eins noch viel. Ackerland ist auch, gell? Ackerland ist auch, ja. Dann auch Beijing, oder? Ja, komm. Wir haben über 25% Waska. Der tickt mit 1,5 monatlich. Und das ist schon noch 20, oder so. Zusätzlich. Äh. Äh. Das sind nochmal Paka. Das Problem ist, dass wir nicht voll im Rahmen haben. Das sind wir schon döt. Wenn wir mit einer Neun starten, ist alles egal. Oh, fuck. Oh, fuck. Wie viel kommt da noch? Huch. 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 Ach du Kacke. Äh. Gut, wir rasieren noch 10 nicht rein. Wir haben eine 9. Da sind die 2000er Ticks. Easy. Die eine sind rausgefallen. Fallen. Na geil. Die anderen sind what? Easy. 37. Äh. Das nächste schnelle Ticken geht ab... 50. Oh. Ab 30. Ab minus 25 schon. Das klingt eigentlich rasend schnell gerade. Im Normalfall mit plus... 5 monatlich. Äh. Warum greifen die 1k an? Sind die blöd? Die denken die 21k kommen hinterher. Wie viele Truppen waren sie? Minghardt. Oh, die sind auf 65.000 wieder hoch. Die haben wieder hoch der kapiert, ja. Aber guck dir mal, der Manpower an. Die haben 40.000 Manpower verloren. Äh. Am... Nein, 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 nein. Ja, ja. Ich wollte außen rumlaufen. Um die 17.000 da oben zu umlaufen. Um die 17.000 da oben zu umlaufen. Oh, das müsste jetzt eigentlich mal da sein. Theoretisch. Das wäre so wichtig. Ja, die haben noch nicht mal mehr das 50% Ereignis bekommen. Ja, eben. Stimmt. Eigentlich, wenn sie monatlich so langsam vergehen. Aber die 17k könnten wir, glaub ich, werden sie gleich engagen, oder? Genau. Das ist grad, was ich versuche. Ich versuche, die so ein bisschen zu umlaufen. Die sind schneller. Vergiss das nicht. Wir haben 5 im Manöver. Entschuldigung. Das wäre kritisch. Auch wenn unser Gen jetzt stirbt. Das wäre nicht ganz so nice. Nee, das würde gute Probleme bereiten. Ja, gut. Dann warte ich jetzt einfach noch 10 Jahre. Nice. 75% das 50er ist einfach aufgefallen. Ja, gute Nacht. Teddy, wenn wir den Stämmen etwas Einfluss geben können wir uns ManPay. Ja. Oh, das macht das. Okay, jetzt kommen die zwei Karticks. Ich such mal einen Nymstück. Okay, wir haben noch eine Schlacht hier oben gewonnen. Leider kein Weapon. Entschuldigung, keine Ansprüche. Puff. Puff. Ähm. Nice. 17, hast du gesagt? 72, das gleich durch. Ich besiege, besiege jetzt Provinces und gehen dann gleich auf die Offensive. Weil wenn dann das man darf unter 50 fällt, dann können wir Bypass the Great War machen. Und dann ist der Krieg gewonnen. Immer geil. Allein die Minus 15 Moral haben schon fallen. Das dauert richtig rein. Und du musst bedenken, dass Mandat geht runter. Wie schnell das Mandat dann runtergast. Das Problem ist, dass die War for the Serious Empire haben und das triggert mich grad so ein bisschen. Ach, na, das war der Kriegsgrund. Ja, das kriegen wir noch mal bekommen. Bei Scheine auf dem Weg. Das ist jetzt für mich. Vor allem mit was für einem Anspruch? Ich weiß es nicht. Wir sind Chinesisch von der Kultur. Ach, das... Ich dachte, die wollten... Ach, das muss gar nicht. Ach, das muss gar nicht. Ach, das muss gar nicht. Noch mal, da muss gar nicht. Ja, sie laufen über noch. Das ist perfekt, was sie gemacht haben, weil dadurch... Oh Gott. Weil dadurch das was? Der Kriegsgrund ist Überlegenheitsdemonstration. Überlegenheitsdemonstration. Genau. Das ist für uns super. Ich glaube, wir könnten jetzt schon White Picen, oder? Keine Ahnung, die haben irgendwie... Nein, doch, könnten wir. Erfasst. Ja, aber... White Picen, alter Junge. Wir sind doch nicht blöd, wir werden diesen Krieg zu 100% Warscore weiterführen. Ja, das machen wir. Wir haben keine Army Proff, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, Simon hat gerade richtig Lack beim Siegchen. Das brauche ich jetzt so nicht. Ähm... Ja, geil. Geil. Du hast... Was ist los? Simon... Was läuft? Ja. Simon läuft gerade wo? Bei Simon läuft es gerade. Oh, ich sehe es gerade. Ich sehe es. Ist das ein Coalition War? Nein, das ist ein Rückgehobungskrieg. Achso, du hast... Also, es waren Malva und Vijay in der Koalition drin. Und ich hatte keinen Bock, dass die mir das erklären. Also, wir klären es selber. Moment Frontier. Nice. Jetzt fällt es auch... Oh Gott. Eingarten Moment Frontier. Es fällt so schnell. Es ist so schön. Das Problem ist, dass es noch nicht unter 50 ist. Aber das ist egal. Okay, Abner. Alter, ich kann was... Ähm... Das ist Steppe. Einmal mal kurz rasieren, bitte. Alter, aber Ming hat aber auch echt eine hohe Moral. Immer noch. Ja... Einfach mal alles einlehre. Es ist halt Ming. Ja, jetzt kommen die 2er Kicks da rein. Ja, das ist immer, wenn wir gut wirfen und die Scheiß... Kann man meine bescheuerte Herrscherin endlich sterben? Nein. Ja, ich sehe jetzt eins ist bei uns und vier bei denen nicht als gutes Rollen an. Und trotzdem haben wir diese 2k-Ticks bekommen. Einfach 4k-Ticks. Einfach 4k-Ticks. Ich suche sie mal mit einem Kopfkissen. Ganz fest ausgesicht. Und die 9 oder so? Die haben 44 Mercs! Der hat... Alles bis auf 5k in deren Armee besteht gerade aus Mercs schon. Also ich habe 42.000 Mercs. Das heißt nicht. Ja, ja, aber... Mach gerade dir nach. Ja. Ich bin nicht, wenn... Ich bin nicht... 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 Ich bin nicht relativ, oder? Das ist... Dann machen sie mir nicht nach. Ich kann... Ich kann Ming jetzt bitte ein paar schlechte Mandatevents bekommen. Wie ist das? Die müssen einfach nur unter 50 Mandate kommen. Die müssen wir in theoretisch verwüstungsbeteilien. Ja... Wir können nichts wirklich belagern. Ok, wir treiben die jetzt mal so ein bisschen hier raus aus unserem Gebiet. Ähm, gibt's denn nicht, okay. Renaissance würde uns kosten 200.